Es ist mittlerweile besorgniserregend, wie schnell die Zeit vergeht, sowohl im Arbeitsleben als auch im Privatbereich. Deshalb ist es umso wichtiger, innezuhalten und keine Zeit bietet sich besser an als die Adventzeit. Ich möchte mich bei euch für das abgelaufene Jahr ganz herzlich bedanken, für die Zusammenarbeit, für euren Einsatz. Ich wünsche euch und euren Familien ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und freue mich, mit euch 2019 wieder gemeinsam neue Projekte und Aufgaben zu bewältigen. Euer Markus Baldinger